So, dann machen wir hier mal ein paar Drehungen und ein Powerspin. Oh, 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 oh. Dann packen wir da den Ruh. 380, sehr schön. Blätterweif. Nehmen wir. So, wir müssen das hier wieder an. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Der Berliothe. Das ist das. Der Berliothe. Der Berliothe. Die Berlothe. Die Berlothe. Das war ein. Das ist das. und da kommt noch was ja, da ist noch ein Himmel drei Stück das war nicht ganz so doll ja, da ist noch ein Himmel hmmm, gut, der scheint hier los zu haben, Spielwechsel so, hier drehen wir hier ein Rundchen, los geht's ein Rundchen, der wir schäuzen, was wir finden, was wir haben Oh, es kommt mal Feuer hier. Hier ist ein Moix. Ich schließe die Flamme da. ok das war wohl eine luftnummer hier einmal nix so dann schauen wir noch mal ob keiner kiekt das klingelt 60 nehmen wir ein Hüpferling so ja fantastisch 15 20 20 20 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 Musik 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 So, ich glaube wir wir wechseln mal Musik Dann gibt es heute mal noch eine Merkur Magnos Musik 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 Ah Jetzt haben wir wo ich rüber springen können Musik 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 Ah, hier scheint nichts versteckt zu sein. Nö, bleiben wir nichts. Schade. So, dann gibt es hier mal ein Röntgen und wir nehmen mal ein K. Na, das war wohl nicht die richtige Wahl, oder? Schade. Oh, ganz krank. Dann gibt es mal hier ein Röntgen. Oh, Elefanten mit dabei. Schade. 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 und die Nummer 12 und heute mal ein Rundchen Mystic Dew und die Nummer 12 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 ist ja mal wieder sehr bescheiden und die Nummer 12 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 und die Nummer 12